So, moin, grüßt euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Verstellung. Und zwar geht es um diesen International, da seht ihr den schon. So, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Ganz, ganz schnickes Ding. So, da haben wir mal die Ausführung mit schmaler Kabine oder die mit Schlafkabine. Dann haben wir zur Auswahl Stockchasses und die lange Version. Ich habe jetzt mal die kurze Motorausführung, aber von 250 PS bis 550 PS. Aber ich glaube, die hatten früher noch ein bisschen weniger. 400, 300, vielleicht sowas. Da muss man mal ein bisschen rumprobieren. Getriebe geht's von 10, 13, 18, 5 Gänge, 12 Gänge, 10, 13. Dann haben wir den Innenraum. Das müssen wir so machen. Dann haben wir einmal Grau, Blau, irgendein komisches Beige oder sowas. Und der Original. Ich liebe diese alten Dinger, ey. Wahnsinnig klasse. So, Lackierung. Dann haben wir einmal diese Standardauswahl. Dann schon vorgefertigt. Oder so. Auch die könnt ihr dann nochmal ändern, wenn es euch nicht gefällt. Dann jede Menge Flots. Da könnt ihr auch die rum basteln. Einmal so. 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 Dann habt ihr hier noch verschiedene ohne Ende Summensteller bis zum Abhinken. Dann gibt es hier noch Lampen. Hier. Reichlich ist das alles mit drin. Reichlich Auswahl. Hier haben wir auch nochmal zwei verschiedene Aufführungen. Ich glaube, da haben wir hier unten noch was. Hier noch. Also wir konnten da reichlich drum rum basteln. Da gibt es echt viele, viele Antwortmöglichkeiten. Was hier alles mit bei ist. Echt krass. Hier. Hahaha. Ew. Verlieblich. Wahnsinn. Kann man das mal ändern. Reifen kann man ändern. Hier gibt es auch reichlich Auswahl. Was das Herz begehrt. Alles da. Da nochmal Lampen dran. Das Herz begehrt. Und, 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 und. Also ihr könnt euch hier echt austoben. So. Dann geht es weiter im Mittelraum. Da haben wir da. Zeigt aber nicht an. Fertig Mahlzeit. Magazin. Die zeigt aber nicht an. Böge. So. Funktioniert hier. Dann kommt die Flagge. Oh. Die funktioniert aber nicht richtig. Ja, ja. Die Zahn funktioniert auch. Boah. Lärkattasche. Aber die Flagge. Die ist. Funktioniert nicht. Kissen. Da haben wir eine Decke. Da haben wir eine Decke. Da haben wir eine Decke. Gut. Das funktioniert schon mal. Vielleicht ist auch nichts dran. Gut. Eh. Bottmann? Okay. Die Spiegel. Kasschen, Cola. Ach, da gibt es noch mal so was. Und so. Ah, okay. Hier. Duschspray-Ding da. Lenkrad. Kannst du auch noch mal aussuchen. Fahrerschild. Da haben wir's. Da haben wir's. Da haben wir's. Mal eine Tasche eben ballern. Ja. So wie das Ganze aus. Ich hab mir den schon fertig gemacht. Mal schauen wir's hin an. Da steht er. Ich starte mal den Hobel mal. Hahaha. Coole Kiste. Das heißt, hier bald ein wie Zug. Hahaha. Krasses Teil. Wäre nichts. Schlicht einfach. Viele Knüppel. Das funktioniert auch. Das funktioniert auch. Das funktioniert auch nicht. Okay. Das funktioniert auch nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vielleicht den Ausdruck noch mal verändern? Ein dickes Rohr ran klatschen? Woher sollen wir den so lassen? Ja, ich bin im Vega. Wer den Lust hat, den runterzuladen, kann auch gerne tun. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.